Vor dieser Sendung gab es einen kleinen Disput, weil diese beiden Herrschaften hier, Bodo und Gail, konnten sich nicht entscheiden, wer von ihnen beiden jetzt als nächstes auftreten sollte. Ich habe ein salomonisches Urteil gefällt. Ein salomonisches Urteil? Da ihr beide nicht wisst, wer anfangen soll, habe ich beschlossen, ihr singt und spielt einfach zusammen. Das machen wir gerne, oder? Ja, natürlich. Gail Tofts und Bodo Wartgen. Weltpremierer. Toi, toi, toi. Wir haben es wirklich, es ist das erste Mal für uns beide, ein Weltpremierer. Wir haben gesagt, denn Mike hat das vorgeschlagen, es ist ein älteres Lied von mir, das ich für meinen Mann geschrieben habe, meinen Bremen Mann, als wir uns erst mal zusammen getroffen haben, es war vor 15 Jahren, technisch war die Dinge ein bisschen anders damals. So ich habe ein kleiner, wir haben eine Fernbeziehung gehabt, aber die Technik hat uns geholfen damals. Da war ein bestimmter Geräte, eine Geräte that I loved so much. I decided to write a lead da drüber. Eine Geräte. Not the Geräte you're thinking about here, meine Damen here at this Tisch. What is the Sex in the City 3 hier? Huh? Ne, ein Bürogeräte meine ich. Well, obwohl, if you had that andere Geräte in your Büro, you'd be a happier Arbeiterin, oder? Eine Geräte ist es kaum, wir benutzen es kaum mehr, aber ich finde es ein sexy, wunderschöne Maschine. This is a song for it, it goes like this. It's early in the morning, I'm missing you so much. But I don't want no fruchstuck, I'm just hungry for your touch. I jump upon the U-Bahn, I get myself to work. If I don't hear from you today, I think I'll go berserk. Why don't you fax me, baby? Slide your message through. Ooh. Come on and fax me, baby. I want to keep in touch with you. Das Telefon ist teuer. Ein Brief braucht zu viel Zeit. But, baby, you can fax me morning, afternoon, or night. We can fax auf Deutsch or English. You can fax me in Francais, Swahili, Swish or Japanese. Just send it right away. Come on and fax me, baby. Bitte warten nicht. Warten nicht. Fax me, baby. Ich hätte gerne eine fax von dich. Ich weiß, ich weiß, ich weiß. When my baby is in Bremen and I'm lonely in Berlin, he puts his fax between his fingers and proceeds to slip it in. Come on and fax your shitz in. Like a lover should. Just like a lover should. Cause once you get your fax in, you know it's gonna feel so good. So good. Oh. Come on and fax me, baby. Slide your message through. Slide it through. Slide it through. Ooh. I want to keep in touch with you. Ooh. Yeah. I want to keep in touch with you. That's me, baby. Bye-bye-bye-bye-bye-bye-bye-bye-bye-bye-bye-bye-bye-bye-bye-bye-bye-bye-bye-bye-bye-bye-bye-bye-bye-bye-bye-bye-bye-bye-bye-bye-bye-bye-bye-bye-bye-bye-bye-bye-bye-bye-bye-bye-bye-bye-bye-bye-bye-bye-bye-bye-bye-bye-bye-bye-bye-bye-bye-bye-bye-bye-bye-bye-bye-bye-bye-bye-bye-bye-bye-bye-bye-bye-bye-bye-bye-bye-bye-bye-bye-bye-bye-bye-bye-bye-bye-bye-bye-bye-bye-bye-bye-bye-bye-bye-bye-bye-bye-bye-bye-bye-bye-bye-bye-bye-bye-bye-bye-bye-bye Vielen Dank.